Wer hätte das gedacht? Wage es ja nicht zu sterben, du Wurm! Ich gebe euch Waffen! Ihr gebt mir tote Körpermann! Jetzt kommt ein richtig großer Brocken! Also stell dich drauf ein! Ich habe noch nie so eine Zerstörung gesehen! Das ist echtes Echo-Kriegshandwerk! Hängt sie zusammen und dann Bum-Bum-Bum-Wäller! Wir sind der letzte Domate! Bleib am Leben, sonst ist die Operation gescheitert! Scheitert! Weiter neben und weiter kämpfen könntest du dank mir! Heilige Scheiße! Da haben wir ja einen echten Soldaten! Ich habe noch nie so eine Zerstörung gesehen! Wehe ihr? Ihr arbeitet zusammen und tötet zusammen! Feet ihr? Wow, wenn's ums Aufmischen ganzer Horden geht, ist der Junge echt erste Sahne. Oh, ist das richtig? Arbeite zusammen, ihr Flackenhesser! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! 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 Der Maze! Oh mein Gott. Das ist echtes Echo-Kriegshandwerk! Werblogger! Die Lecker! Oh mein, oh mein! Ich habe noch nie so eine Zerstörung gesehen. Zwei Knarren sind besser als eine Rekrute. Oh mein Gott! Ihr arbeitet zusammen und fährt zusammen! Alter! 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 Oh, heilige Scheiße! Da haben wir ja einen echten Soldaten! Oh, heilige Scheiße! 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 Zwei Knarre sind besser als eine Rekrute! Zwei Knarre sind besser als eine Rekrute! Zwei Knarre sind besser als eine Rekrute! Seht ihr? Ihr arbeitet zusammen und tötet zusammen! Aber es ist richtig, arbeitet zusammen hier! Flakke es besser! Heilige Scheiße! Da haben wir ja einen echten Soldaten! ... ... ... Oh Ja Fünf sind noch übrig. Habt ihr Wörmer das drauf? Hängt sie zusammen und dann bum 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 weller. Ich habe noch nie so eine Zerstörung gesehen. Das ist echtes Echo Kriegshandwerk. Halt! Halt! Ach, du bist das Ding, wenn du mich bist, ist das Ding. Ja! Ha ha! Ha ha!